Wir sollten noch ein paar Worte verlieren zum Thema Auflösungen und Textgrößen. Ich hatte euch ja bereits erläutert, dass die notwendige Darstellungsgröße abhängig ist vom Betrachtungsabstand. Das ist aber häufig sowieso gegeben, denn wenn man größere Monitore kauft, also Fernseher zum Beispiel nimmt, dann haben die üblicherweise eine geringere Auflösung als Monitore, die man nah vor der Nase hat. Und da mögt ihr jetzt widersprechen, denn es kann natürlich gut sein, dass ihr zum Beispiel einen Monitor habt, der eine Full-HD-Auflösung hat und ihr habt einen Fernseher, der eine Full-HD-Auflösung hat und vielleicht habt ihr auch ein Handy, das eine Full-HD-Auflösung hat. Alles drei gibt es. Und dann sage ich euch jetzt, das Handy hat die höchste Auflösung und der Fernseher hat die niedrigste Auflösung. Obwohl ich gerade gesagt habe, alle drei haben eine Full-HD-Auflösung. Und dazu möchte ich ein paar Worte sagen, weil hier zwei verschiedene Begriffe für Auflösung kursieren, die nicht genau das Gleiche sind. Und das halte ich für wichtig, dass man da den Unterschied kennt in der Terminologie. Und manchmal wird das auch in Diskussionen durcheinander geworfen. Was ist denn eigentlich die Bildschirmauflösung? Na, da gibt es zwei Möglichkeiten zu sagen, was die Bildschirmauflösung ist. Das eine ist anzugeben, wie viele Pixel ich in der horizontalen und in der vertikalen auf dem Bildschirm tatsächlich habe. Und das ist dann die Auflösung dieses Bildschirms. Da habe ich eben gesagt Full-HD und wenn ich das sage, dann ist die Auflösung tatsächlich auf all diesen drei Monitoren, die ich gesagt habe, also einmal Handy, einmal Laptop-PC und einmal Fernseher, identisch. Das ist ein Auflösungsbegriff, der gerade im Computerbereich sehr lange der vorherrschende Begriff war. Wenn man also bei Windows zum Beispiel die Bildschirmauflösung ändert, dann ändert man genau diese Zahl der Pixel in der horizontalen und in der vertikalen. Und dadurch wird die Auflösung geändert. Was passiert eigentlich, wenn man das tut? Ihr könnt das ja mal am Laptop oder so ausprobieren, wenn ihr das noch nie getan haben solltet. Was passiert, wenn man die Bildschirmauflösung ändert? Dann werden die Elemente am Bildschirm kleiner oder größer. Zumindest war es immer bis vor ein paar Jahren so, dass wenn man eine höhere Auflösung eingestellt hat, die Objekte kleiner wurden. Das heißt, die Pixel wurden kleiner. Also eine normal große Schrift wurde eine kleinere Schrift. Dadurch ist eigentlich, wenn man das auf den Buchstaben betrachtet, also auf das Element, was dargestellt wird, ist die Auflösung die gleiche geblieben. Denn wenn zum Beispiel ein Buchstabe vorher 20 Pixel in der Höhe hatte, dann hat er auch jetzt noch 20 Pixel in der Höhe, nur dass die Buchstaben kleiner geworden sind. Das heißt, die Auflösung pro Element hat sich gar nicht geändert. Was sich dadurch geändert hatte, war, wenn ich ein Bild zum Beispiel angezeigt habe und habe das im Vollbild angezeigt, dann war es natürlich gleich hoch, egal wie ich die Auflösung einstelle. Und dann hat sich tatsächlich die Auflösung des Bildes geändert. Denn dann hatte das Bild mit einer höheren eingestellten Bildschirmauflösung auch mehr Details. Aber für die GUI bedeutete höhere Auflösung kleinere Darstellung. Das heißt, man hat höhere Auflösungen an größeren Monitoren gemacht und niedrigere Auflösungen an kleineren Monitoren. Jetzt heute haben wir Monitore, die haben, obwohl sie klein sind, eine hohe Auflösung. Bei Apple, ich gucke hier gerade auf ein Apple Display, Apple hat das Retina Display genannt, wohl in Anlehnung daran oder als Hinweis darauf, dass man die einzelnen Pixel nicht mehr erkennen kann. Dass das also, ja weiß ich nicht, jenseits der Kapazität der Retina sein soll. Was hat es mit dieser Art von Auflösung zu tun? Was ist das für eine Auflösung? Wenn ich da die gleichen Maßstäbe ansetzen würde wie früher, dann wäre auf diesen modernen Monitoren ja alles winzig, winzig klein. Das ist aber nicht der Fall. Sondern was man jetzt gemacht hat ist, und was heute eigentlich die üblichere Variante ist, man definiert zum einen die Größe am Bildschirm und unabhängig davon definiert man die Auflösung. Das heißt, wenn ich die Auflösung höher mache, dann sind die Objekte genau gleich groß. Sie sind nur besser aufgelöst. Das heißt, dass der Buchstabe ist mit feineren Details zu erkennen, was sich bei Buchstabendarstellungen vor allen Dingen an den Kanten, also an allen Kanten, die nicht horizontal oder vertikal sind, bemerkbar macht. Das sieht man auf der Abbildung rechts. Da sieht man ja diesen Kreis. Und wenn ich den Kreis in einer niedrigen Auflösung auflöse, das seht ihr direkt darunter, ja, dann ist es so niedrig aufgelöst, dass die Details dieses Kreises gar nicht richtig zum Tragen kommen. Es sieht aus wie ein kleines Rechteck. Wenn ich den gleichen Buchstaben oder den gleichen Kreis in diesem Falle höher auflöse, wie in der Zeile darunter, das ist die doppelte Auflösung, also doppelt so viele Pixel in der Horizontalen wie auch in der Vertikalen, also viermal so viele Pixel, dann kann ich den Kreis jetzt auf einmal auch tatsächlich erkennen. Die Größe des Kreises hat sich aber nicht verändert. Er ist nur unterschiedlich stark aufgelöst. Und in der oberen Darstellung kann man sagen, ist er sogar noch viel, viel mehr aufgelöst. Warum ist das jetzt wichtig? Es hat zum Beispiel damit zu tun, wie man Größen angeben kann. Also Schriftgrößen in Punkt anzugeben, ist etwas, was im Druck üblich ist. Diese Einheit Punkt, da gibt es auch verschiedene Punktgrößen in verschiedenen, naja, Druckschulen, wenn man das mal so nennen möchte. Aber diese sind jeweils definiert. Es ist also jeweils klar, wie groß ein Punkt ist auf einem Blatt Papier. Auf einem Bildschirm ist das so eine Sache. Wie groß ist das denn eigentlich? Wo wir uns eigentlich klar sein können beim Bildschirm, sind Angaben in Pixel. Wenn ich eine Angabe in Pixel mache, dann weiß ich, ein Pixel ist halt ein Pixel hoch, groß. Das war auch eine durchaus plausible Variante, dass man Bildschirmangaben, Größenangaben am Bildschirm in Pixel macht. Man sagt dann, ah ja, eine übliche Bildschirmauflösung ist zum Beispiel, ja, nehmen wir mal eine ganz alte Auflösung, 640 mal 480 Punkte. Das ist die klassische VGA-Auflösung, die gab es schon in den 80er Jahren. Und wenn ich dann ein Fenster am Bildschirm darstellen möchte, dann muss ich vielleicht, ja, mich an diesen 480 Punkten orientieren. Und dann habe ich vielleicht einen Bereich da drin, na, der ist dann vielleicht 300 Pixel hoch. Gut, das konnte ich so definieren und dann hatte ich zum Beispiel ein Fenster gestaltet. Das hatte zum Beispiel eine Höhe von immer 400 Pixeln und darauf war ein Element, das war immer 300 Pixel hoch. Und so konnte ich das Ganze definieren. Das funktionierte gut, solange man immer nur Bildschirme hatte, die einigermaßen ähnliche Auflösung hatten, die also, wenn ich auf eine bestimmte Fläche guckte, auf eine, sagen wir mal, 1 cm mal 1 cm, die einigermaßen gleiche Pixelauflösung in diesem Zentimeter hatte. Wie groß der Bildschirm jetzt im Gesamten ist, das kann uns dann egal sein. Also, ich habe das Fenster gehabt, was für 640 mal 480 am alten Bildschirm optimiert war. Jetzt habe ich aber neuere Technik gehabt und habe auf jeden Fall ein 21 Zoll Bildschirm. Aber der 21 Zoll Bildschirm hat auf der Fläche gesehen immer noch die gleiche Pixeldichte. Übliche Pixeldichten sind so zwischen 72 und 96 Pixel pro Zoll, PPI wird da gesagt, üblich gewesen. Aber, das hat sich dann ja jetzt nun mal geändert. Und wenn wir jetzt unsere heutigen Bildschirme mit diesen hohen Pixelzahlen angeben, dann kommen wir auf einmal, würden wir zu ganz, ganz kleinen Darstellungen kommen und wir müssten so davor kriechen, wir könnten das überhaupt nicht lesen. Wir müssten uns den Monitor fast vor die Nase halten, um das lesen zu können. Also hat man das mittlerweile halt anders gemacht und hat dann gesagt, eine solche Angabe in Pixeln machen wir nicht mehr. Oder andere Hersteller sind hingegangen und haben gesagt, ja, wir erlauben diese Angabe in Pixeln, aber, und jetzt wird es kompliziert, ein Pixel ist nicht mehr ein Pixel. Und das ist schon etwas, wo man sich erstmal mit ein bisschen auseinandersetzen muss. Das muss man aber heutzutage, denn diese Umrechnungen finden eigentlich immer heute statt. Jetzt gucken wir uns mal so ein paar Einheiten an, wie die denn damit aussehen. Wenn ich also eine Schriftgrößenangabe machen möchte und habe jetzt mal eben gesagt, ja, zwölf Punkt in Word-Einstellung, also was hinterher auf dem gedruckten Papier erscheinen würde, ist eine gute Angabe, dann können wir mal gucken, was denn CSS macht. CSS sind ja die Cascading Style Sheets, also die Stilvorgaben, die Formatvorgaben, die im World Wide Web verwendet werden. Und bei CSS kann man Schriftgrößenangaben auch gut machen, wenn man das möchte. Und da wird umgerechnet in Pixel automatisch, intern, und zwar 3 zu 4. Das heißt, zwölf Punkt sind 16 Px, also Px für Pixel. Das steht natürlich für Pixel, ganz eindeutig. Aber es entspricht nur bei einer Bildschirmauflösung von 96 DPI oder auch PPI. DPI und PPI wird durcheinander benutzt. Eigentlich wäre PPI der richtige Begriff, weil es Pixel per Inch sind und nicht Dots per Inch. Aber DPI ist häufig verbreitet. Also 96 DPI. Nur wenn ich 96 DPI habe, dann entspricht ein Pixel auch einem Pixel. Wenn ich das nicht habe, dann wird anders umgerechnet. Dann wird so entsprechend vergrößert oder theoretisch auch verkleinert, kommt aber nicht vor, so entsprechend vergrößert, dass das, was ich als ein Pixel angebe, eine Größe hat wie ein Pixel auf 96 DPI. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass die Bildschirme eine Information darüber haben, wie hoch die Pixeldichte des Bildschirms ist. Das war früher sehr stiefmütterlich behandelt. Und die Betriebssysteme gingen einfach immer von einer bestimmten Pixeldichte aus. Und der Monitor selber spielte überhaupt keine Rolle. Wenn man das dann heute macht, dann hat man eben diesen Effekt, dass die Schriftgrößen völlig falsch sind. Und nicht nur die Schriftgrößen, sondern eigentlich die Größen aller Elemente völlig falsch sind. Man hat dann ein viel zu kleines Bild, wenn man ein Pixel auf ein Pixel rechnet. Microsoft verwendet die gleiche Einheit wie dieses PX, nennt das aber DIP, Device Independent Pixel. Also auch da steckt schon hinter, es ist geräteunabhängig. Wir rechnen mit einer Referenzeinheit. Und deswegen ist das ein Pixel auf einer bestimmten Gerät, aber auf andere Geräte rechne ich um. Bei Android wird etwas ganz Ähnliches gemacht. Da gibt es die Einheit DP für Dependency, äh, Density Independent Pixel. Aber da hat man eine andere Referenzgröße angenommen, nämlich 160 DPI. Das wird wohl daran liegen, dass als Android, sagen wir mal, größere Verbreitung fand. Und vor allen Dingen, als man anfing, naja, mit diesen Referenzgrößen rechnen zu müssen, schon höhere Bildschirmauflösungen im Handy-Bereich und im Tablet-Bereich verbreitet waren. Deswegen wird da mit 160 DPI gerechnet. Das heißt, man muss eine andere Größenangabe machen, wenn man ein gleich großes Element bei Android haben möchte. Daneben gibt es bei Android auch noch die Einheit SP, das heißt Scale Independent Pixel. Da ist ein Pixel, auch eine Pixelangabe bei 160 DPI. Es ist dann aber noch ein im System eingestellter Größenvergrößerungsfaktor mitbedacht. Man kann ja im System bei Android eingeben, dass man die Sachen größer sehen möchte. Und vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, wenn ihr die Notwendigkeit habt, dass dann einige Dinge größer werden und andere Dinge nicht größer werden. Wie sinnvoll das jetzt ist, dass das so ist, das will ich an dieser Stelle mal gar nicht diskutieren. Das liegt aber auf jeden Fall daran, dass man mal Device Independent Pixel angegeben hat, da wird dann nicht die Größe verändert, oder diese SPs verwendet hat, und da wird dann dieser Vergrößerungsfaktor noch mit eingerechnet. Was hat das jetzt mit den Größen zu tun? Wie muss ich jetzt eine Größe angeben? Da kann man mal diese Umrechnung hier unten sich angucken. Ein Inch, also im Deutschen 1 Zoll, entspricht 72 Druckpunkten. Das entspricht 160 Density Independent Pixeln von Android und 96 Device Independent Pixeln oder auch CSS Pixeln. Das ist ja das Gleiche, nur mit zwei verschiedenen Einheiten dahinter und ist eine Höhe von 25,4 Millimetern. Das ist alles die gleiche Einheit. In der Annahme, dass wir immer wissen, wie die Displaydichten entsprechend sind. Wenn natürlich das Betriebssystem davon ausgeht, dass wir hier ein Display haben mit 96 dpi, aber eigentlich hat es mehr, dann funktioniert natürlich die Größe in Millimeter und Punkt und Inch nicht. Aber wenn das alles richtig ist, dann funktioniert diese Umrechnung so. Was bedeutet das für unsere 12-Punkt-große Schrift? 12-Punkt-große Schrift ist ungefähr 26 dpi, dpi, also ungefähr 26 Density Independent Pixel von Android, ungefähr 16 CSS Pixel oder 16 DIP und die Höhe ist 4,233 Millimeter und das ist die ideale und empfohlene Höhe für Buchstaben. Also denkt daran, es ist ja nicht die Höhe des Buchstabens, es ist ja die Größe des Kegels, also der Buchstabe ist sogar noch ein kleines bisschen kleiner dabei. Muss man das alles wissen? Man sollte wissen, was es damit auf sich hat, vor allen Dingen, wenn das Ergebnis nicht das ist, was man so erwartet und man sollte sich auch klar machen, dass ein Pixel nicht mehr ein Pixel ist. Das halte ich durchaus für wichtig. Das bedeutet nämlich ja vor allen Dingen auch, dass man Strukturen erzeugen kann, die so gesehen kleiner sind als ein Pixel, weil die Pixel ja kleiner sind als die Pixel. Und wofür sollte man das noch wissen? Man sollte wissen, dass das Betriebssystem mittlerweile dafür Sorge trägt, das umzurechnen. Das heißt, man kann eigentlich in jeder dieser Einheit etwas definieren und das Betriebssystem sorgt dafür, dass die Größe am Bildschirm stimmt. Und das gilt vor allen Dingen für Android, für macOS und in größeren Bereichen auch für Windows. Allerdings hat man bei Windows manchmal Probleme damit. Das werdet ihr feststellen, wenn ihr mal euer Windows verwendet und habt ein Display mit einer hohen Displaydichte, mit einer hohen Pixeldichte und ein anderes Display mit einer geringen Pixeldichte. Und dann kann es passieren, dass es da zu Unschärfen in der Darstellung kommt oder dass mal die Größen falsch sind. Wenn ihr das Fenster von einem auf den anderen Monitor steckt oder wenn es irgendwo dazwischen steht, irgendwo hat Microsoft mit da an dieser Stelle noch zu kämpfen. Es klappt relativ gut in den modernen Nutzungsschnittstellen von Microsoft, also alles, was dieses Modern UI ist, also im Prinzip die Schnittstelle, die mit Windows 8 eingeführt wurde. Aber die ganzen klassischen Windows-Anwendungen, und das sind ja immer noch die Mehrheit der Windows-Anwendungen, da kann das manchmal zu Problemen führen. Aber das ist, fürchte ich, nicht etwas, was wir als Gestalter jetzt so ohne weiteres abstellen könnten. Dennoch ist es vielleicht auch da interessant, mal zu wissen, woran das eigentlich liegt, nämlich genau an diesen Notwendigkeiten, diese Einheiten umzurechnen. Da braucht man es dann Scaler für, die das entsprechend umrechnen. Und das Problem ist nicht ganz einfach, vor allen Dingen, wenn man viele alte Bibliotheken auch noch mitführen will, weil man alten Code und alte Programme gleichzeitig noch verwenden möchte und den Leuten die Möglichkeit geben möchte, diese Programme weiter zu benutzen. So viel zum Zusammenhang von Schrift, Größenangaben und Auflösungen. Und es geht jetzt weiter mit der Icon-Gestaltung.